Ich habe hier Streichholzfigur und ich suche einen Term, der mir die Anzahl der Streichhölzer angibt. Ich habe also hier die erste Figur, zweite, dritte, vierte und es geht so weiter, fünfte und so weiter. Und das sollen immer so Streichhölzer sein. Und der Term sagt, also Term von 1 ist 3, also bei der ersten Figur 3 Streichhölzer. Bei der zweiten Figur 5 Streichhölzer. Bei der dritten Figur 7 Streichhölzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bei der vierten Figur 9 Streichhölzer und so weiter. Also vermutlich, jetzt beginnt erst das Denken, jetzt muss ich den Term aufstellen. Es gibt schon so ein Muster, ich habe hier immer plus 2. Ja, plus 2. Ich brauche für jede Figur immer 2 dazu. Also T von 5 gleich 9 plus 2. Und ich möchte aber einen Term, der mir mit einer Variable allgemein, T von A ist gleich. A kann 100 sein. Wie viele Streichhölzer brauche ich für die hundertste Figur? Also ich habe hier, also T von 5 ist 11. Jetzt kommt heute das Grübeln. Also wenn ich jetzt für die 2 mal A, das geht nicht ganz, weil ich ja am Anfang irgendein Startstreichholz brauche, dann kommen immer 2 dazu. Also ich probiere das jetzt mal aus mit 1 plus 2 A. Und dann kommt immer der Test, wenn ich irgendeine Idee habe, funktioniert es. Also jetzt, wenn ich hier T von 1 eingebe, ich 1 plus 2 mal 1. Also das ist hier meine Variable. Kommt das Richtige raus? Ja, ich habe die 3. Okay, passt. T von 2. T von 2 ist 1 plus 2 mal 2. Das ist also diese Variable 2. Kommt das Richtige raus? Ich kriege die 5. Passt. Das heißt, ich bin jetzt mit ein bisschen Knobeln überzeugt, dass das die Lösung dieser Aufgabe ist. Ich kann ausrechnen, wie viele Streichhölzer brauche ich für 100. Also die hundertste Figur, das ist T von 100, ist 1 plus 2 mal 100, ist also 201 Streichhölzer bräuchte ich für die hundertste Figur.